Wichtig waren für mich die Themen Digitalisierung, auch wenn ich schon seit über 20 Jahren dabei bin, ist das ein Thema, was gerade in der Niederlassung sich einfach unglaublich schwer durchsetzt. Also ich kenne die Entwicklungen der elektronischen Gesundheitskarte seit ungefähr 14 Jahren, wo quasi nichts passiert ist und man hat so aus der eigenen Praxis heraus auch die Erwartung, da muss jetzt irgendwas anders werden. Also die Thematiken, zu hohe Bürokratie, viel zu komplizierte Vorgänge, zu viel Papier in der Praxis, das sind einfach Dinge, die schreien nach einer Digitalisierung und man sieht es ja heute auch in kleineren Apps, in Anwendungen, dass das natürlich möglich ist. Große Bremse ist mit Sicherheit der Datenschutz, der bei uns wichtig ist, aber ich glaube falsch verstanden wird und falsch gelebt wird. Das ist mehr so ein Schreckgespenst und es ist eigentlich eine gute Sache, mit der man gut vorwärts kommen kann. Und vielleicht ein Thema im Rahmen der Digitalisierung, das, was mit den vorhandenen medizinischen Daten heute machbar wäre im Sinne der Weiterentwicklung des Gesundheitssystems, ist ja unfassbar von den Vorstellungen, was man damit machen kann. Wir haben das Problem der Umsetzung, weil wir einfach nicht an die Daten kommen und diese nicht verwenden dürfen, wie wir es vielleicht heute am liebsten sofort tun würden. Wir haben das Problem.